Die Luftmasse bei uns ist polaren Ursprungs und dementsprechend drohen jetzt einige Frostnächte. Das ist eine denkbar schlechte Nachricht. Die Polarluft ist ja wunderbar klar. Es ist ja tagsüber herrlich, wenn die Sonne scheint zwischen den Schauern und der Schnee und das Grün. Das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Aber nachts, wenn jetzt der Wind einschläft, ist die Sache durchaus kritisch. Dann kann sich nämlich in bodennahen Luftschichten die Kaltluft sammeln. Man sieht hier auf dem Strömungsfilm, wie von Nordwesten die Polarluft direkt zu uns strömt. Am Palmsonntag mit viel Wind. Aber in der Nacht auf Montag greift das Hoch immer mehr. Der Wind schläft ein. Die Kaltluft wird sich auf jeden Fall reichlich ansammeln. Und das ist eine denkbar schlechte Nachricht. Dann die Nacht auf Montag für alles, was blüht. Schon die Nacht zum Palmsonntag wird im Süden leicht frostig. Aber tagsüber schneit es dann vor allem an den Alpen noch kräftig in den Vormittagsstunden. Der Schnee verlässt dort im Lauf des Tages nach. Aber im Nordosten flammt die Schauertätigkeit erneut auf Schnee, Regen, Graupelschauer örtlich. Am Nachmittag für kurze Zeit sogar mit Blitz und Donner. Aber zwischendurch ist auch immer wieder Platz für die Sonne. Speziell an den Küsten scheint die Sonne so sieben bis acht Stunden am Tag. Auch am Oberrhein setzt sich im Lauf des Tages die Sonne immer besser durch. Gerade im Südwesten, wo das Hochdruckgebiet dann nicht mehr weit ist. Aber der Wind, der ist eben noch kräftig spürbar. Deshalb fühlen sich die sechs bis neun Grad im Norden und Osten ziemlich kalt an. Im Südwesten hingegen lässt der Wind insgesamt so ein bisschen nach. Deshalb elf bis drei Grad dort schon ein bisschen milder. Man sieht das hier Windstärke zwei im Südwesten. Und kräftig sind die Böen vor allem direkt an den Küsten und sehr unangenehm. Aber der Wind schläft wie gesagt in der Nacht auf Montag ein. Dann gibt es verbreitet leichten im Süden teilweise mäßigen Frost. Zum Beispiel in Oberstdorf um die minus sieben Grad. In einigen Tälern der Schwäbischen Alb oder im Bayerischen Wald könnte es unter Umständen Richtung minus zehn Grad abkühlen. Tagsüber aber deutlich wärmer von Südwesten. Und zunehmend Sonnenschein nach frostiger Nacht gibt es dann vor allem am Dienstag im Osten. Und dann von Südwesten her dichtere Wolken im Lauf des Tages aufziehen. Und die sind mit Sahara-Staub angereichert. Mit der Temperatur geht es aber in der Folgezeit deutlich bergauf.